Weiter geht's. Hm, Zahlin. Äh, Sigmar. Machst du dir immer noch Sorgen um Schätzchen? Sie wacht auf, wenn sie aufwacht. Ja, hä hä, stimmt auch. Luxor, bereit zum Loslegen? Wir können sofort los, wenn du so weit bist. Hm, ja. Hey, hast du schon vakussieren gehört? Sie soll gegen einen echt zähen Kerl gekämpft haben. Puh, die Vorstellung ist, um einen Kerl zu treffen. Deswegen ist Aufklärung wichtig. Nicht, dass ich scharf drauf bin. Hey, zeig mir, sag du mir, Whisky. Erkunde Mission 45 und finde alle versteckten Herzlosen. Wenn dir was auffällt, sieh es dir an. Ich werde dich entschädigen. Dann kann ich in der Zwischenzeit zurückschlagen. Oh, du hast alle gefunden. Verlässige Orte zu untersuchen ist unsere Lektion bei Aufklärung 101. Äh, unsere erste Lektion. Und darf ich zu sagen, dass jemand anderes für dich macht das Lektion Nummer 2. Verhalten, Cyanidstein. Ja, alle Herzlosen finden. Das war dieselbe Mission mit dem Spürhund. Okay, kann ich irgendwas machen? Oh, Schnellerholung. Ja, brauche ich nicht. Furchtlos, Mutt. Habe ich, glaube ich, schon. Neubischer Ring. Ne, ich kann nichts gebrauchen, also kaufe ich mal was. Fernvisier. Eis-Amulett, Blumen-Amulett, Eisen-Bronze vergriffen. Naja, dann packe ich mal das Fernvisier drauf. Wow, ich habe einige freie Felder. Yes! Yeah! Vitra! Vitra ist gut. Und packe ich wieder drei Herbportionen drauf, die ich vielleicht brauche. Und ersetze mal eben eine Vita-Tafel durch Vitra. Vitra. Wo war noch mal die Magie? Hier war die Magie. Gut. Here we go! Oh, ich habe einen neuen Rang gekriegt. Jetzt kann ich noch mal. Ja, toll. Ich will shoppen. Boah, ey. Meine Fresse. Die neuesten und besten Waren sind da. Sieh dich um. Mach ich gern. Feldfreigeber. Magiestufe 3 brauche ich nicht. Steh auf, Männchen. Ein besseres davon. Limitboost. So kann ich schnell einen Limitbrecher einsetzen. Autoschutzengelstufe. Immer noch. Autoschutzengelstufe. 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 Oh ja. Na gut. Mehr scheint es hier nicht zu geben. Mal sehen, ob ich mehr schmieden kann. Nein, kann ich nicht. Na gut, dann tue ich erstmal ein paar neue Sachen drauf. Ja, sorry für das ganze Micromanaging hier, aber das ist wichtig. Okay. Der Feldfreigeber hat bereits seinen Zweck getan. Und eine Halpertion ist fürs Autovision weichen. Okay, das war auch alles. Gut, auf geht's. Heute wird es dein Team mit Luxor. Brecht auf, sobald ihr bereit seid. Wer siege die rosa Konzerte? Rosa Konzerte. Die sind fies. Wir haben also heute etwas Bestimmtes, ne? Ach ja. Was ist los, bist du zum ersten Mal hier? Nein. Ich war hier vor einiger Zeit auf einer Mission. Ich bin diesem weißen Kaninchen begegnet, das so furchtbar eilig hatte. Mein weißes Kaninchen? Echt? Ich hab's aus den Augen verdammt, bevor ich rausholen konnte, was los war. So ist das mit dem Glück. Gelegenheiten kommen und gehen so schnell. Das Schicksal einer Person hängt davon ab, ob man die Gelegenheit beim Schopf ergreifen kann. Hoffentlich sind wir diesmal schneller. Mit Luxor und seinen Yu-Gi-Oh-Karten geht's in die Welt der kleinen Leute. Den kümmert die graue Kapriß. Mich nicht. Hm. Mal sehen. Wow, Feldwebel. Stärkt. Luxor erfindet das Sprichwort Kartenklocken ganz neu. Oh, hey. Voll verarscht. Klingt immer als eins. Könnte man hier nicht so einfach hoch. Aber hier ist auch kein Abzeichen. Und nein, mit Feldwebeln muss ich mich jetzt nicht rumplagen. Oh. Oh. Etwas, das ich an dieser Welt hasse. Habt ihr was verloren? Und jetzt leicht laggy. Huch, wer ist da? Allerdings, wer? Äh, eine Katze? Eine Tigerkatze, bitte. So viel Zeit muss sein. Was willst du damit? Willst du damit irgendwas sagen? Ja, natürlich. Aber dann auch wieder nicht. Was ist die Liebe? Ich, ich stelle dir die Fragen. Ja, Luxor ist scheiße. Und die Katze auch. Dann schlusslos. Die Antworten könnten allerdings schwer zu finden sein. Er weiß, was los ist. Was sollte das? Oh. Immer noch keine rosa Konzerte. Such dir etwas. Und da ist er wieder. Du schon wieder? Wen habt ihr erwartet? Was auch immer ihr sucht. Wenn ich ihr wäre, würde ich mich fragen. Du weißt, wo die Herzlosen sind? Natürlich. Aber dann läge ich es in meiner Natur zu lügen. Euer Ziel liegt in den Blumen, während wir die Tigerkatzen in Worten lügen. Was für eine komische Katze. Trotzdem hat sie uns geholfen. Was meinst du? Mir hat es jetzt gesagt, dass die Herzlosen in Blumen sind. Komm schon, suchen wir die Herzlosen. Okay. Oah. Feldwebel. Nimm das. Nimm das. Da ist ein rosa Konzert. Lustig wird's, wenn die die ganze Zeit, wenn die Feuerschaden haben, dann schlagen sie die ganze Zeit so Saltos. Gut. Das war einer und der hat mich schon fast die Hälfte von meinem HP gekostet. Sterb. Vielleicht rast ich so aus wie Terra. Wenn man ihren Favorite Pillar zerstört. Okay. Okay. Okay.